Ja Leute, ich habe eine Friseur-Story. Ist das was, was euch interessiert? Ist das was, übrigens auf Hakonisch, nee auf Saduka heißt Frisuren-Story. Oh, wenn das ein YouTube-Video wird, schon wieder direkt in den ersten zwei Minuten alle potenziellen neuen Zuschauer vergrault, genau wie bei TVS. Aber ich erzähle mal, wie es war, Leute. Ihr könnt euch mal kurz zurücklehnen. Ich bin ja gerade live im Stream und danach spielen wir Kebab-Chefs. Aber ich möchte kurz erzählen, wie das gerade war bei mir beim Friseur. Ich gehe nicht so gern zum Friseur. Ich gehe ziemlich selten zum Friseur. Aber das letzte Mal war ich sehr gerne beim Friseur, denn der Friseur war ich. Ich habe mir die Haare einfach abrasiert, ungefähr so im Dezember. Wir haben jetzt März. Und ich habe hier so ein komisches Selbstbenutzungsrasur-Kit und habe das einfach mal gemacht und habe alles auf die gleiche Länge einfach runter gemacht. Und dann sah das ja ganz okay aus und dann denkt man sich ja nichts dabei. Das Ding ist, man macht ja dann so, wenn man das so wie ich macht, halt nicht so wirklich richtig, sondern es sieht dann erstmal gut aus, aber sobald es ansatzweise anfängt zu wachsen, kommen so die kleinen Fehlerchen. Dann ist es dann doch ein bisschen länger, dann ist es hier kürzer. Ich habe überhaupt nicht die Koletten gemacht. Hinten wächst da genauso schnell wie vorne. Dann hast du schnell so einen ungewollten Fokuhila. Und hier, das hier wuchert. Meine Fresse sah das schlimm aus heute Morgen noch. So. Und das war nicht mein großes Problem. Ich gehe also zum Friseur und die fragen ja am Anfang immer, was willst du machen? Ich weiß nicht, wie ihr seid. Ich bin übrigens nicht so ein Mensch normalerweise. Ich bin nicht so in der Öffentlichkeit schüchtern oder so. Ich bin nicht der Typ, der jetzt so beim Rewe irgendwie, wenn er eine Frage hat, irgendwie 50.000 Mal das Feuer sich schon überlegen muss und so. Ich kenne viele Leute, die sind so. Also no front. Aber ich bin nur beim Friseur so. Ich bin wirklich so, ich bereite mich, ihr könnt ja mal sagen im Chat, ob ihr das kennt, ich bereite mich auf diese Frage vor und fange dann aber jedes Mal an rumzustottern, weil ich so das schon durchgespielt habe in meinem Kopf, dass ich dann diese Antwort schon in meinem Kopf schon ewig hatte. Und dann zum Beispiel die Antwort ist dann so, ja vorne kurz hinten lang oder so. Und dann komme ich so dran und dann sage ich, wir wollen es haben so, kurz vorne hin labern. Sorry, warte mal kurz. Weil ich das so oft in meinem Kopf schon durchgespielt habe. So anyway, ich komme da hin heute und war heute bei einem neuen Friseur, bei dem ich noch nie war. Und ich habe mich noch gewundert, warum ist da so leer? Aber kennt ihr das, wenn man schon drin ist im Laden, dann kann ich eigentlich nicht mehr rausgehen. Ich kann ja jetzt nicht rausgehen, weil da waren zwei freie Friseure, wochentags. Und ich kann ja jetzt nicht sozusagen da reingehen und dann eher wie dieses Grandpa Simpson Meme, weißt du, so raus und wieder reinlaufen Ding. Sondern ich bin dann so schon in meinem Kopf, fuck, die sind wahrscheinlich schlecht. Ich merke gerade übrigens, mein Friseur ist ein Spoiler für die ganze Story, weil offensichtlich ist es nicht schlecht geworden. Ja, nee, bin echt happy ein bisschen damit. Aber trotzdem, also auf jeden Fall gehe ich da rein und das wusste ich ja da noch nicht. Und dachte mir schon ganz jetzt, oh nee, das wird jetzt richtig scheiße. Und dann habe ich so eine Friseurin, glaube ich, sagt man. Oh nee, das ist wieder was anderes. Das ist so jetzt Friseur-Fachmeister, muss man sagen. Nee, Haarschneide-Fachkraft oder so. Irgend so eine Scheiße, muss man jetzt sagen. Also männlich und weiblich, ich meine gar nicht so gendermäßig, sondern... Ah, Chat sagt Fritteuse. Ah, genau, genau, das ist richtig. Fritteuse. Also dann kam die Fritteuse. Und, ähm, ja. Schlechter Joke, sorry. Auf jeden Fall, pass auf, dann komme ich so ran und die konnte leider sehr schlecht Deutsch. Was ich halt bei einer Friseurin jetzt nicht so mega unwichtig finde, die Kommunikation. Also, war so ein bisschen, aber naja, ich denke mir so, okay, kann ja sein, kann ja passieren. Und dann erstmal kriege ich eine Haarwäsche. Ich bin fast, ich merke gerade, die Story geht hin und her, es bleibt jetzt immer noch voll gespannt. Wisst ihr eigentlich, worauf will ich denn aus? Weil die Haare sehen offensichtlich gut aus. Jetzt komme ich wieder mit dem positiven. Es ist eine Donny-Story, man weiß nicht, wo es hingeht. Bleibt einfach mit mir drin, lehnt euch zurück. Ich kriege erstmal eine Haarwäsche, die so geil war, dass ich wirklich, ich kam nicht klar. Bitte, warum tun nicht alle Friseure und Friseurinnen da so richtig reinhauen? Bitte, mach mit all der Kraft, alle Kraft, die du hast, baller mir, die, die, die. Ich hasse das, wenn die das so leicht machen. Die hat so richtig geil so, oh, und an den Seiten so. Und ich war so voll, ich habe so Augen zugemacht, ich war kurz auf einem anderen Planeten. Und die hat zweimal gewaschen. Das habe ich noch nie erlebt. Die hat zweimal gewaschen, mir auch gesagt, ich mache jetzt extra den Akzent nicht nach. Ich würde es so gern machen, aber das wäre, glaube ich, leicht rassistisch. Weil die hat einen ganz speziellen Akzent gehabt. Aber ich würde es gerne machen, aber ich mache es nicht. Nein. Wir müssen Teil der Veränderung in der Gesellschaft sein. So. Anyway. Ist jetzt auch egal. So. Also ich dann so Haar gewaschen und dann setzen wir uns hin. Und dann merke ich halt wirklich, okay, jetzt wird es langsam ein Problem mit der Kommunikation. Weil schon beim Haar waschen hat die immer wieder so Sachen gefragt. Die hat zum Beispiel gefragt, wie lange der letzte Schnitt her war. Nee, wie oft war nämlich das letzte Mal die Haare gewaschen. Und ich sage mal so, ich bin nicht der Daily Haar waschtyp und ich bin auch völlig stolz und fein damit. Es ist Bullshit, sich jeden Tag die Haare zu waschen, vor allem wenn du graue Haare hast wie ich, das sind ja quasi abgestorbene Bürsten. Ich brauche eine gesunde Naturfettung. Ich sage mal so, alle zwei, drei Wochen reicht absolut. Und es ist mir scheiße gehabt, ihr das eklig findet oder nicht. Ich bin ein sauberer Typ. Alle zwei, drei Wochen Haare waschen ist für mich optimal. Weil immer wenn ich die Haare wasche, sind die erstmal drei, vier Tage richtig scheiße. Mein Tipp ist es, ich weiß nicht, bei langen Haaren ist es vielleicht nicht so geil, aber bei kurzen Haaren kannst du mal. Ich sehe gerade einen Chat, lass mich davon nicht verunsichern, das ist völlig in Ordnung. Haare waschen, overrated. Lass uns zurück zur Natur, Leute. Lass uns zurück. Wir müssen wieder zurück, back to nature, Mann. Jetzt hört auf, weiter geht's. Ich kriege also, ne, und die hat so gefragt, ja. Und dann habe ich aber gesagt, ja, so vor drei, nee, vor zwei Wochen. Und dann sagt die, nee, ich meine waschen, nicht geschnitten. Und ich so, nee, nee, ich war dann irgendwie auch laut, wenn die Sprache kompliziert ist. Dann bin ich lauter geworden, lieg halt so da. Nein, nein, ich meine wirklich waschen. Und dann sagt die so, nee, nee, wann du geschnitten hast und so. Nee, wirklich, nee, geschnitten glaube ich so Dezember. Ah, okay, sagt die dann. Aber wann gewaschen? Und ich so, ja, vor zwei Wochen. Ah, okay, schneiden vor zwei Wochen. Und ich so, versteht sie, was ich sage? Und dann setzen wir uns hin. Und dann habe ich versucht, ihr zu sagen, wie ich die Haare gern hab. Und, ne, wie ich erinnere euch, den Satz, den ich in meinem Kopf schon so vorbereitet hab. Und ich merke, die versteht das gar nicht so richtig. Und dann, wie habe ich so gemacht? Ja, an den Seiten kurz und oben gerne so lang lassen. Ja, kurz, den oben lang lassen. Anstatt so zu machen, hätte ich, merke ich gerade in diesem Moment, hier da so machen können. Das wäre ich besser. Naja, anyway, und dann hat die einfach angefangen. Und das Krasse ist, die hat direkt, ihr guckt euch mal an, wie kurz das ist. Ich bin auch, wie gesagt, happy damit. Aber ich war die ganze Zeit, ich hatte so Schiss in dem Stuhl. Die hat hier direkt so, das sind zwei Millimeter oder so. Fängt die direkt an. Und dann ist natürlich so, ich kann jetzt nicht mehr stoppen. Ich komm nicht mehr raus aus der Nummer. Und ich werde mich ja nicht beschweren. Das ist ja das Allerschlimmste beim Friseur, jetzt zu sagen, wo es eh schon weg ist, ja, mach die Haare wieder dran oder was. Das geht ja auch nicht. Da haben wir beide eine Scheiß-Situation. Dann ist es für uns beide unangenehm. Das heißt, ich lasse dann einfach über mich ergehen. So, wie jeder beim Friseur, by the way. Ist ja auch ein bisschen so ein easy take, ne. Und dann hat die so immer weitergemacht. Und dann sah es aber immer besser aus. Und so, dann war ich so, okay, cool. Das sieht ja wirklich ganz gut aus. Und die hat die ganze Zeit in so gebrochenem Deutsch mir irgendwas erzählt mit. Die hat die ganze Zeit gesagt, ich hätte einen super guten und runden Kopf. Ganz tollen Kopf hast du. Ich mach deine Akzenten nicht mehr. Ganz tollen Kopf. Und ich so, ja, okay, keine Ahnung. Ich hab einen guten Kopf anscheinend. Und dann hat sie immer so weitergemacht. Dann hat sie oben meiner Meinung nach auch zu viel weggemacht. Aber ihr merkt es, ich bin voll happy damit. Aber, und jetzt kommt's, und es ist eigentlich so eher, weiß ich nicht, ob das überhaupt eine Story ist, die irgendjemand interessiert, merke ich gerade so. Aber es hat auch keinen so krassen Höhepunkt. Aber whatever. Der Höhepunkt, der kommt ja jetzt. Die hat angefangen, also die hat gefragt, soll ich deine Haare stylen? Und ich sag da immer nein. Und das mit einem guten Kopf. Das ist ja möglich. Ich sag da immer nein, weil ich glaub, das kennt ihr auch, oder? Jeder hat doch so seine eigene Art, seine Haare zu stylen und weiß es so. Es gibt aber auch, glaub ich, auch viele Leute, die das tatsächlich zulassen. Und sagen, ja, nee, mach mal, wie du es gut findest. Ich bin da immer sonst so, nee, ich sag immer, als Ausrede sag ich immer, nee, mach ich selber, ich wohne um die Ecke. Warum auch immer. Das sag ich immer. Weil es für mich logischer ist, zu sagen, ich wohne um die Ecke, dass ich halt, keine Ahnung. Und dann hab ich so, hab ich gesagt, ja, nee, mach ich selber, ich wohne um die Ecke. Und dann irgendwie hab ich so gedacht, ja, dann hat die so weiter mich überlegt und die hat auch gerne so voll viel gemacht. Die hat so nachrasiert, die hat sich richtig Mühe gegeben, die hat mir ein Wasser angeboten, wie gesagt, die hat die Haare zweimal gewaschen. Die war so richtig, ich hab mich so richtig umgarnt, das war wie so, ich hab mich gefühlt wie bei so einer Guido Maria Kretschmer Sendung oder so, wo so jemand so voll all in geht und mich so Spa-Bereich mäßig so bedient. Und dann dachte ich mir so, weißt du, wenn die so drauf ist, warum nicht, ey, fast, heute mal fünfergerader sein lassen, lass sie doch mal deine Haare stylen. Aber Mann, und das hat fucking noch mal fast zehn Minuten gedauert, weil die dann angefangen hat, meine Haare zu föhnen. Und dann fragt die so, wie trägst du deine Haare normalerweise? Und ich so, ja, nach oben. Und dann hat die angefangen, und deswegen kann ich es jetzt zeigen, so, ich hab's jetzt selber nachgestylt, ne? Die hat's auch genau so gemacht, warte mal. Das ist der Höhepunkt dieser Story gerade. Die hat meine Haare so gestylt. Die hat mich zu Jimmy Neutron oder halt diese komischen Trolleys gemacht. Weil, deswegen sind die jetzt auch, bleiben die so, so ein Goku, ja, weil die hat eben mit einem, mit so einem Föhn und dann mit so einer Bürste, ja, hat die immer so und während das passiert, bin ich immer mehr so in diesem Gefühl, ich hab morgen ein Fotoshooting, das einzige in fucking drei, vier Jahren, das ist echt relativ wichtig, dass ich da irgendwie wenigstens okay aussiehe. Ich glaub, die Frisur ist viel zu kurz. Und jetzt macht die mir so eine super Saiyajin-Frisur und es ging immer weiter und die macht immer wieder hoch und immer mehr so Zeugs. Und dann hat die mir Schaumfestiger reingemacht als Grundlage, dann so irgendwelche Sachen reingesprüht und dann hat sie noch Wachs genommen am Ende und mir das dann so hochgedingst. Und, ähm, ja, das ist eigentlich die Frisur, die sie mir gemacht hat. Aber wie gesagt, wenn man das so ein bisschen hier so runter macht, dann ist wieder alles cool. Von daher ist ja eh immer so, die Frisur sieht doch eh immer scheiße aus die ersten drei Tage. Das ist ja, äh, äh, nicht so ungut, Donnie, aber siehst ein bisschen aus wie eine Kerze. Ja, naja. Und, äh, aber ich bin trotzdem, Kosten, äh, 25 Euro und ich hab ihr 30 gegeben. Ich bin ja nicht angegeben, aber... Und dann hat sie am Ende auch gesagt, hab ich gesagt, ja, ist super und dann hat sie so gemerkt, ja, aber sag's auch bitte meinem Chef. Und dann hatte ich noch so ein weirdes Gespräch mit ihrem Chef, während sie daneben stand und war so, ja, war super. Und so, keine Ahnung. Und peripher sehe ich mich so im Spiegel mit der Frisur. Ja, super. Aber als ich dann nach Hause bin, wusste ich schon so ein bisschen vom Feeling her, wenn ich das ein bisschen so nachfrisiere und so, ich bin auch echt happy damit. Bin eigentlich ziemlich gut drauf deswegen. Und das war meine Frisuren-Story. Ich denke mal, das ist auf YouTube gelandet. Keine Ahnung. Ich probiere ja in letzter Zeit immer wieder diese kleinen Segmente aus dem Stream mal so ein bisschen so kleine Storys auch auf YouTube zu posten, weil die meisten von euch sind ja eh nie und das meine ich tatsächlich so, wie man es rausgehört hat als Vorwurf im Live im Stream. Aber, weißt du was, ich denke auch an euch. Ich denke an euch zu Hause. Dann kriegt ihr auch mal so ein bisschen mit, was hier so abgeht. In diesem Sinne, tschüss. Ciao.